Heute ist der 1. August. Dieser ist der Schweizer Nationalfeiertag. Jemand findet das gar nicht lustig. An vielen Orten sieht man jetzt Schweizer Fahnen an den Häusern hängen und alles putzt sich ein wenig raus. Sogar am Sentis hat man riesige Fahnen aufgehängt. Unser Kater, Miro, hat den 1. August das erste Mal bei uns gar nicht gut erlebt. So sah er aus, als er nach Hause kam. Beim ersten Klopf verkäucht er sich im Haus. Am liebsten geht er dann in den Keller und verschwindet. Das Feuerwerk ablassen, überlassen wir den Nachbauer. Wir hängen ganz einfach ein Lampion auf. Stefan, hast du das Küsschen im Keller für Miro schon gereicht? Ja, es ist alles bereit. Die Küsschen im Keller für Miro. Untertitelung des ZDF, 2020